Das erklärt auch, warum es bestimmte Berufe gibt, wo Menschen, ich möchte das sagen, humorresistent sein müssen. Beispielsweise Möbelpacker. Wenn die jetzt... Manchmal, wenn man so umzuhalten, fragt man sich, warum sind die so, wie sie sind? Und das ist Berufsvoraussetzung. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade so ein Klavier auf dem Rücken und dann sagt der ein, gestern war ich bei Hirsch aus dem Karasink, da habe ich einen guten gehört, da musst du sagen, durchhalten. Das ist Berufsvoraussetzung. Auf den wartet er noch, dieser Möbelpacker, den guten, den erzählt er dann erst morgen. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Ja, ja. Der ist, äh, ich finde ihn gut. Pass auf, ich habe einen anderen. Was ist schrill, schwarz und schwimmt im Weltmeer? Keine Ahnung. Ein Tundenfisch. Meinst du, damit kriegst du den Möbelpacker? Nein. Aber dich vielleicht. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper. Der ist ungefähr, der ist auf dem Level. Ja. Also Lachen hat schon was Entwaffnendes und ich meine, deshalb kanalisiert man auch Lachen. In Köln gibt es närrische Tage, Karnevalssitzungen. Der Witz ist sozusagen die fünfte Jahreszeit der Erzählung. Und deswegen haben wir auch, also beim Karneval gibt es ja diese naheliegende Theorie, dass es sehr mit dem katholischen Brauchtum, mit dem strikten hierarchischen Wesen der katholischen Kirche zu tun hat, die dann einmal als Ventil sozusagen die Ausnahme erlaubt und sozusagen den Witz sogar auffordert, um dann den Rest des Jahres umso autoritärer auftauchen zu können. Aber auch dir als politischen Kolumbist die ernsthafte Frage gestellt, woher kommt es, dass alle Regime, die auf Brutalität, auf Diktatur, auf fundamentalistischen Ideologien basieren, immer so eine Riesenangst hatten vor Komik, vor Satire. Ich glaube, wenn man mal zurückschaut, eins meiner großen Vorbilder, Werner Fink im Dritten Reich, hat sich wirklich extrem mutig verhalten und sagte dann zu einem Gestapo-Mann, der seine Witze versuchte mitzuschreiben, kommen Sie mit oder soll ich mitkommen?